Was machst du dort? Delia, komm mit. Können wir führen? Jo. Und fort. Laufen. Wo kannst du dort oben, ja? Okay, go. Okay, go. Oh, ist keiner einstücken? Ich müsste... Er macht das aber richtig gut. Schau dir das mal an. 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 Ja, bravo Bonilla. Hast ihn du gefunden? Geli. Super. Und du kommst ja auch gerade zurück. Bravo! Wie alt ist er? Wie alt ist er? Äh, 17 Monate. Das ist jetzt eben gerade gut. Jetzt sind wir gerade zurück von der Ferien. Jetzt muss ich gerade drüber haben. Ich bin wieder da. Oh, wo ist er da gewesen? Was hätte ich dir sagen? Gehe ich halt zu dieser? Hallo! Hm? Das ist lustig. Bei dir geht er ganz ruhig hin. Bei dir ist er ein stürmischer. Ja, es ist ganz spannend. Ja.